Michael Geiger Metall. Wir verarbeiten für Sie alle zersparnbaren Werkstoffe. Mit unserem Maschinenpark haben wir uns auf die Bearbeitung von Drehteilen spezialisiert. Ob Getriebebau, Maschinenbau oder Automobilindustrie. Wir drehen, fräsen, schleifen und montieren für Sie. Die neueste Erweiterung unseres Maschinenparks ist ein FIPS Leichtbau-Roboter. Als erstes Unternehmen in unserer Region arbeiten wir so mit einem Automationsroboter der Firma FAUDE zur Fertigung von Serienteilen. Technik, von der unsere Kunden profitieren. Zudem fertigen wir für Sie nach Muster und Zeichnung. Sowohl Einzelteile bis zu 340 mm Durchmesser als auch Kolbenstangen, Hydraulikteile und Motorwellen bis zu einem Durchmesser von 90 mm. Kurzfristige Lieferung in hoher Qualität gehört zu unseren Stärken, die wir seit 2008 in unserer neu gebauten Halle in Uhlingen umsetzen. Michael Geiger Metall – CNC-Technik in höchster Präzision.